Sie hören Mr. Enigmatic von C. R. Scott, gelesen von Lisa Müller und Kevin Kasper, produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Erstes Kapitel Joanna Aufmerksam lese ich mir die Punkte, die auf der To-Do-Liste stehen, durch. Zeile für Zeile prüfe ich die einzelnen Posten und überlege, ob mir etwas einfällt, das fehlen könnte. Wow, Kate, sage ich dann und lege den Ausdruck auf dem teuren Designer-Couch-Tisch ab, vor dem wir sitzen. Du hast an alles gedacht und alles verläuft nach Plan. Kann das sein? Erleichtert schnauft sie durch und legt ein zufriedenes Grinsen an den Tag. Das will ich hoffen. Schließlich dauert es jetzt nicht mehr lange, bis die Gala stattfindet. Das stimmt, aber lass mich dir nochmal den Tipp geben, auf digitale Notizen umzuschwenken. Dann musst du nicht so oft eine neue Version ausdrucken und kannst viel schneller Änderungen vornehmen. Mag sein, antwortete sie. Aber ich kann mit einem Blatt Papier einfach besser arbeiten. Sie klatscht in die Hände. Das lässt ihr Haar, das so blond ist wie meins, aber nur Kinnlänge hat und leichte Locken aufweist, etwas wackeln. Ach, Joanna, ich bin so aufgeregt. Freude strahlend berühre ich sie an der Schulter und spüre den Stoff ihrer hochpreisigen, roséfarbenen Markenbluse an meinen Fingerspitzen. Alles andere würde mich auch stark wundern. Das ist die erste Wohltätigkeitsveranstaltung, die du ganz allein auf die Beine stellst. Ja, bisher hatte Patrick immer die Leitung und ich habe ihm nur assistiert. Streiche das nur, finde ich. Denn schon vorher hast du viele Arbeitsstunden in die Organisation solcher gemeinnützigen Veranstaltungen investiert. Verlegen nickt sie. Ich weiß doch, doch diesmal ist es einfach eine andere Hausnummer für mich. Ich schmunzle. Gib's doch zu, Kate. Dass dein Wertergatte momentan im Ausland tätig und damit zu weit weg ist, um sich mit der anstehenden Gala zu befassen, ist nicht das Schlimmste, was dir passieren konnte. Mit dem verschmitzten Ausdruck in ihrem rundlichen Gesicht gibt sie mir recht. Schon vor Jahren konnte man dir ansehen, dass dieses wohltätige Ehrenamt deine Leidenschaft geworden ist, fügte ich hinzu. Keine Ahnung, ob mir das jeder sofort ansieht oder nur du, weil du mich so gut kennst. Aber ja, unsere Stiftung erfüllt mich. Es tut gut zu helfen. Und so privilegiert wie Patrick und ich dank seines Einkommens als Privatarzt sind, habe ich das Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Ich schenke ihr einen warmen Blick. Ich bin stolz auf dich, große Schwester. Wir umarmen uns. Danke, Joanna, erwidert sie dabei. Es ist lieb von dir, das zu sagen. Es ist sogar die Wahrheit. Ich zwinkere. Kate lächelt. Und? Fragt sie dann, nimmt ihre Teetasse und führt sie zu den Lippen. Weißt du schon, was du zur Gala anziehen wirst? Fast. Inzwischen habe ich die Auswahl auf drei Abendkleider eingegrenzt. Gut, meint sie. Ich stupse sie an. Dein Outfit ist längst festgelegt, stimmt's? Selbstverständlich. Und danke, dass du auch hinkommst. Natürlich, erwidere ich. Mit meinem Eintrittsgeld unterstütze ich Waisenkinder. Außerdem darf ich meine große Schwester in Aktion erleben, wenn sie auf der Bühne moderiert, wie es ansonsten Patrick immer gemacht hat. Das lasse ich mir nicht entgehen. Außerdem gibt es gutes Essen, klassische Musik, jeder macht sich schick. Genau. Ich genehmige mir einen Schluck von dem Tee, den Kate mir eingeschenkt hat. Intensiver Gewürztee mit Zimt und Chili. Meine Lieblingssorte, die mich sogar wacher macht als Koffein. Damit lockt man die Leute zusätzlich. Ich bin ehrlich. Auch abgesehen vom gemeinnützigen Hintergrund ist es manchmal einfach nett, in Abendgarderobe auf eine exklusive Feierlichkeit zu gehen. Und dann noch in einer solchen Top-Location wie dem Hirten. Die gesamte High Society ist eingeladen. Auch über die Grenzen Chicagos hinaus. Neckel stupst sie mich am Oberarm an. Vielleicht ist ja auch jemand Interessantes für dich dabei. Ich runzle die Stirn. Kate lacht. Du weißt, ich habe es aufgegeben, dich zu verkuppeln, seit ich eingesehen habe, dass du in solchen Dingen sowieso deinen eigenen Kopf hast. Und es sich mir einfach nicht erschließen wollte, welche Sorte Mann überhaupt dein Typ ist. Was auch gut so ist, kann ich nur bestätigen. Ich bin 29 und empfinde bislang keinerlei Torschlusspanik. Und davon abgesehen möchte ich nicht verkuppelt werden. Ich habe sowieso keinen bestimmten Typ Mann, den ich bevorzuge. Wenn es funkt, dann werde ich das schon merken. Natürlich. Aber nachdem du deinen Mr. Right bisher nicht gefunden hast und ich immer wieder feststelle, wie gern du zu VIP-Events gehst, kam mir der Gedanke, ob jemand aus der Oberschicht vielleicht auch für dich genau das Richtige wäre. Ich weiß nicht, gebe ich skeptisch von mir. Nichts für ungut, aber was für meine große Schwester das Beste ist, muss nicht zwingend auch für mich gelten. Ich gestikuliere mit den Händen. Klar, ich genieße diese extravaganten Abende zwischendurch. Das ist, als würde ich ab und zu in ein wunderbares Märchen abtauchen. Aber das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist ein Schnösel, dessen Liebe in erster Linie sich selbst gilt. Nichts für ungut, greift sie meinen Wortlaut von eben auf. Aber nicht alle reichen Männer sind Schnösel. Oder würdest du meinen Patrick etwa als einen bezeichnen? Ich lache. Ganz sicher nicht. Kein Mann trägt im Urlaub Hawaii-Hemden und macht sich in Karaoke-Bars in Tokio oder Kyoto zum Affen. Belustigt seufzt sie. Und darauf ist er auch noch stolz. Er achtet lediglich darauf, dass ihn seine wohlhabenden Patienten nicht so sehen. Aber es ist nicht verkehrt, Privat- und Berufsleben auf diese Art und Weise zu trennen. Absolut, stimme ich ihr zu. Das sollte man echt nicht miteinander vermischen. Euer gemeinsames Ehrenamt ist etwas anderes. Aber ich für meinen Teil könnte niemals mit jemandem etwas anfangen, mit dem ich zusammenarbeite. Dein Mann jedenfalls ist trotz seines Vermögens bodenständig und hat das Herz am rechten Fleck. Siehst du, so jemanden könnten wir auch für dich finden. Kate, ermahne ich sie. Ja? Wie war das mit dem Verkuppeln? Frage ich mit leidvoller Stimme. Schuldbewusst verzieht sie den Mund. Okay, ich bin schon ruhig. Danke. Auf deiner Gala möchte ich einfach eine schöne Zeit haben. Alles andere wird sich ergeben. Oder eben nicht. Und das meinte ich auch wirklich so. Fakt ist, dass ich, abgesehen von Kate und Patrick, mit vielen anderen Gästen auf solchen Events kaum warm werde. Ich genieße VIP-Veranstaltungen gerade deswegen, weil ich mich dabei als Außenseiterin verstehe. Dass ich ausgerechnet auf der anstehenden Gala We for Them jemanden finden soll, an dem ich mein Herz verliere, kann ich mir nur schwer vorstellen. Aber so sind Geschwister. Sie kommen auf die verrücktesten Ideen. Guten Morgen, trellere ich Betty entgegen, als ich das Büro betrete, das wir uns in der Personalabteilung teilen. Guten Morgen, erwidert sie nüchtern. Viel zu nüchtern für ihre sonst so herzliche Art. Irritiert über ihre ungewöhnliche Zurückhaltung blicke ich sie an und stelle meine Handtasche ab. Ist alles in Ordnung? Eigentlich schon. Sie geht ins Flüstern über und beugt sich etwas vor. Aber bei unserem Boss nicht. Wieso? Was ist mit Mr. Roberts? Frage ich. Ich meine nicht unseren Abteilungsleiter, sondern Mr. Peterson. Okay. Mit verwunderter Miene lasse ich mich auf meinem Stuhl nieder. Wenn der CEO schlechte Laune hat, könnte etwas Größeres dahinter stecken. Muss es aber nicht zwingt. Bettys Augen werden größer. Wenn es bloß schlechte Laune wäre, aber so, wie er eben gewirkt haben soll. Er war vor mir schon in der Firma? Wundere ich mich. Das ist ungewöhnlich. Ja. Ihre Andeutungen machen mich langsam nervös. Betty, wovon sprichst du bloß? Bisher ist es nur ein Gerücht, das im Flurfunk die Runde macht. Aber angeblich werden wir verklagt. Seufzend schalte ich den Computer ein. Das wäre nun aber echt nicht das erste Mal. Im Gegenteil. Welches Unternehmen in diesem Land der unbegrenzten Möglichkeiten hatte noch keine Klage am Hals. Gerade wenn es um Firmen geht, die so groß sind wie unsere. Aber so, wie ich das verstanden habe, entgegnet Betty ernst, wäre es das erste Mal in dieser Größenordnung. Oh je. Betty tratscht gerne mal über Themen, die gerade in der Gerüchteküche aufbrodeln. Über Kollegen, die angeblich zusammen bei einem romantischen Dinner im Restaurant erwischt worden sind. Oder wenn jemand deswegen das Unternehmen verlässt, weil er gestohlen haben soll. Über Zickenkriege, über angeblich gescheiterte Ehen, über scheinbar kriminell gewordene Kinder. Alles Mögliche. Und ich muss gestehen, dass die 48-Jährige dabei normalerweise ziemlich sensationslustig wirkt. Schon damit habe ich mich schwergetan, auch wenn ich stets darauf zu achten versucht habe, dass dies nicht zwischen uns und unserer engen Zusammenarbeit steht. Aber heute schwingt ernste Besorgnis in ihren Worten mit. Das gefällt mir noch weniger, denn das bin ich von ihr nicht gewohnt. Auch um mich selbst zu beruhigen, winke ich ab. Abwarten. Oftmals gleichen Gerüchte einem stille Postspiel und sie werden mit jedem Mal, wenn sie weitergetragen werden, künstlich aufgebauscht. Dazu sagt Betty nichts. Vielleicht deswegen, weil meine Aussage ihrer eigentlichen Vorliebe für Flurfunk und der Annahme, es würde immer der Wahrheit entsprechend, entgegensteht. Außerdem haben wir damit sowieso nichts zu tun, fügte ich hinzu. Sollte ich mich da... ... ... Vielen Dank.